hallo hallo herzlich willkommen zu meinem fortnightjob heute am sonntag den 28 mai ich habe überlegt ob ich das video überhaupt noch mache weil ich war den ganzen tag unterwegs und habe es nicht machen können aber der ordnung halber will ich jetzt mal noch loswerden es ist auch kein besonders krasser shop das habt ihr bestimmt alle schon gesehen aber wir gucken gerade trotzdem einmal rein damit die chronik passt also haben wir als erstes die vorgestellten an unsere ruby unser roter skin da hat es unsere ruby die hat natürlich auch noch einen weiteren stil nämlich in blau und dann hat sie hier sind bunten noch dazu bekommen eigentlich ganz weiß und dann hat er einen ganz normalen rucksack dazu ist nach 36 tagen wieder da interessant der streifen schlitzer und auch der gleiter die sind nach 62 tagen zurück dann haben wir auch noch den gleiter wie gesagt das kind nach 36 und die sachen hier nach 62 und unser geometrix ist auch zurück nach 32 tagen einmal skin die schwebende insel der würfelschläger scheiters immer so oft drin sind kennt man alle schon dann noch mal die lackierung die finde ich auch ganz gut alles einzeln nächste zeile die wilde grenz lande waren auch vor kurzem da ist da nach 34 tagen zurück einmal die viehdieben die ledertasche der cowboy satteltasche der sporenball und das habe hier noch das allzweckachst die allzweckachst und dann auch die lackierung rustikales karo wie sagt nach 34 tagen zurück alles noch mal einzeln nächste zeile unser hasenwolf ist zurück nach 34 tagen auch noch nicht so ewig lange her herzraser als rücken accessoire dann haben wir den lömer für den ist das genauso auch noch 34 tagen zurück weg bringen ich wollte jetzt noch sehen ich wollte eigentlich gar nicht auf das andere so lömer dann haben wir das näh und hier die lackierung auch nach 34 tagen unser mechanik maradüre paket ist zurück nach 40 tagen das sieht so ein bisschen aus wie brandegade radar sage ich mal so ein bisschen nachgemacht backlink dazu die axt lackierung und der ladebildschirm alles noch mal einzeln dann haben wir armer los herz ist immer noch da gehen wir weiter täglich die sturm trooperin die ist zurück nach 33 tagen nichts krasses wie es heute aussieht unsere bachie nach 51 tagen noch mal in schwarz und dann ja weil der rucksack dann aber die stopp axt nach 36 tagen zurück zuckerrausch 33 tage her luftblasen 61 tage her am wasser gebaut 32 tage her das auftragspaket und das beider wenn sachen die fußballer noch das war es dann auch schon mit dem shop für heute war hallo zum nächsten mal tschau euer sem tschau 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 Untertitelung des ZDF, 2020